Zwölftes Mantra Um deutlich zu machen, dass er mit seinen Gebeten nicht nur seinen eigenen Geist belehrt, bietet Shri Raghunath Das Goswami eine Segnung an. Er will die Gottgeweihten inspirieren, Shri Mana Shiksha zu rezitieren und zu studieren. Jeder, der in Shri Rupas und seine Nachfolge Fußstapfen tritt, der im Wald von Gokula lebt und diese erhabenen elf Verse laut und mit Hingabe singt, mit vollem Wissen um ihre Bedeutung, dem winkt das Juwel von Radhas und Krishnas Dienst als Lohn. 1. Sayuta mit seinen Gefährten Das Wort Sayuta in seinem Kreis bedeutet, dass man Führung und Obhut bei Rupa Goswamis Nachfolgern suchen soll, Besonders bei denjenigen, die Gleiches fühlen und wünschen wie man selbst, die fortgeschritten sind und deren Zuneigung man sich sicher ist. Shri Lalita Devi und andere Gopis sind eigenständige geliebte Krishnas mit ihrem eigenen Kreis von Freundinnen. Nichtsdestoweniger folgen sie alle gehorsam, Shri Radhika. Ebenso kann auch ein fortgeschrittener Guru viele Schüler unter sich haben. Dennoch sind sie alle gemeinsame Nachfolger Shri Rupa Goswamis. Shri Ujjwala Nilamani Haribriya Brakarana 3.61 erklärt Shri Lalita und andere führende Gopis sind hinreichend kompetent und stehen selber vielen Gopis vor. Dennoch wollen sie mehr als alles andere Shri Radhika glücklich sehen. Es ist ihnen lieber, ihr zu assistieren, als sich allein mit Krishna zu vergnügen. 2. Rupanuga Shri Rupa Goswami nachfolgen Shri Rupa Goswami auf Shri Mahababhus Anweisung hin offenbarte die Prinzipien, die transzentale Liebe zugrunde liegen und gab selbst das ideale Beispiel für die Verehrung in der Stimmung von Vraja. Alle verwirklichten Lehrer nach ihm, wie Shri Jiva Goswami und Shri Raghunath Das Goswami folgen seinen Grundsätzen. Es ihnen in der Praxis und Methodik gleich zu tun, nennt man Rupanuga Bhajan. Rupa Goswami nachfolgen. 3. Gokula Vane im Wald von Gokula Der Wald von Gokula ist ein anderer Name für Shri Vrindavana. Alle Schauplätze von Krishna Spielen im Gebiet von Vraja oder Mathura sind dabei mit eingeschlossen. Shri Rupa Goswami lobpreist die Stadt oder das Land Mathura im Shri Mathura Stava, in Klammer Stava Mala. Shri Mathura versteht es, Befreiung zu gewähren, in Form von Liebe zu Gewinn des Lotusfüßen. Sie lässt die leidenden Seelen den materiellen Ozean überqueren und schenkt ihnen reine Krishna Prima. Anders ausgedrückt, schenkt sie zwei Arten von Wissen. Das Wissen überzusetzen und das Wissen sein Ziel zu erreichen. 2. Sie ist der großartigste Pilgerort im Universum, weil Krishna hier seine Kindheit verlebte und göttliche Spiele genoss. Möge diese Mathura Devi, selbst von Shri Vaikuntha verehrt, euch mit allem Glück segnen. 2. Sie strahlt heller als Millionen von Monden. Die fünf furchtbaren Feinde dieser Welt, allen voran Unwissenheit, getrauen sich nicht in ihre Nähe. Wer also hier lebt, wird rasch von allen Leiden frei. Die himmlischen schicken Mathuras Bewohnern niemals ungemach, denn sie kennen deren Herrlichkeit. 3. Shri Krishnas Spiele, die sogar selbstverwirklichte Weise aus der Fassung bringen, finden hier ewiglich statt. Sie erfüllt denen, die sie verehren, alle Wünsche und der große Shiva im Gefolge anderer Götter kann sich gar nicht genug anbieten, sie zu beschützen. 3. Möge diese Mathura Devi von Shri Varahadeva gepriesen, euch mit reiner Liebe segnen. 3. Shri Mathura ist der Same des Mukti-Baumes. Sie treibt allen Schmutz und Unrat aus dem Herzen. Sie beschützt vor allem Unglück und sie beherbergt alle Vielfalt göttlicher Liebe. Sie erfüllt jeden denkbaren Wunsch, so etwa, dass unser Herz allein für Krishna schlagen möge. Sie manifestiert Krishnas Wissensenergie in zweifacher Weise. Möge diese Mathura Devi dich von Sünde befreien. Möge sie dein ganzes Wesen wandeln und dich mit reiner Liebe segnen. 4. Avanti bringt die Schale für gekauten Beetel. Mayapuri nimmt den Jamara und fächelt Luft. Du, Kanji, heilst den Schirm und schütze vor der Sonne und du, Kaji, sollst nach vorne kommen, die hölzernen Sandalen in der Hand. 5. Ayodhya, sei unbesorgt, auch du darfst heute zu Diensten sein. 6. Und du, Dvaraka Puri, kannst jetzt mit deinen Gebeten enden. Denn die Königin Shri Krishnas, Shri Maturadevi, ist mit euch, ihren Dienerinnen, zufrieden. Gleichfalls im Stabamala, Shri Vrindavana, Stakam, verherrlicht Shri Rupa Goswami, Shri Vrindavana. 1. Überall in Shri Vrindavana's üppigen Kadamba-Heinen singen frohe Gopis, berauscht von Krishnas Flötenspiel. Vrindavana's Wälder duften verführerisch und sie duften noch mehr, wenn der sanfte Wind, der von der Yamuna herüberweht, den Blütenstaub der weißen Lotusblumen mit sich trägt. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 2. Shri Vrindavana schenkt den Schatz der höchsten Liebe so viel chlorreicher als Befreiung und ist darum tausendmal mehr segensreich als Vaikuntha. 3. Selbst Brahma mit seinen vier Häuptern, der Lehrer der Welt, betet, hier geboren zu werden. Und sei es als ein Sträuchlein oder ein Halm, möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 3. Über Vrindavana liegt ein lieblicher Duft, der sich in alle Richtungen ausbreitet und Lakshmidevi in Staunen versetzt. 4. Die Bäume vergießen Nektar im Überfluss. 5. Ist nicht das Summen der Bienen, die um die Blütenfülle schwärmen, ein Lobgesang auf dieses Land? 6. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 7. In Vrindavana trifft man auf Srirada Govinda. Fast erscheinen sie, als leuchtet ein Blitz in einer Monsoonwolke. Überall schmücken Zeichen wie der Blitz und der Hirtenstab dem Boden. 8. Abdrücke von den Lotusfüßen des jungen Fliepenpaares. 9. Frische Knospen und Triebe in ihrer Schönheit wetteifern mit den Nägeln jener Lotusfüße. 10. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 5. Als ein Dienst zu Sri Radhika, der Tochter Maharaja Rishabanus, 6. Beglückt die Göttin Vrindavana's, was immer hier wächst und sich regt. 7. Sie dirigiert alle Wesen, Sri Radha Krishnas Freudenfest zu verschönern. 8. Herden von Rehen ziehen furchtlos umher. 9. Sie kosten den süßen Klang der Flöte, die der kleine Bruder Sri Baladevas spielt. 10. Jenes Baladevas, der den Pralamba-Dämon bezwang. 10. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 6. In Vrindavana tanzen Pfauen in großem Jubel. 11. Berauscht von Krishnas dunkelschimmernden Körper, den sie mit einer Wolke verwechseln. 11. Aus tiefer Liebe zu diesem Land verkündet Sri Radha, dieses Vrindavana ist mein. 11. Damit erklärt sie den Sieg der Weiblichkeit und entzückt alle Pflanzen, Rehe und Vogelweibchen. 12. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 12. Die Heine Vrindavanas geben Zeugnis von Sri Radhikas List und Geschick und von ihrer Kunstfertigkeit in den Belangen der Liebe. 13. Vrindavana kostet täglich den göttlichen Tanz Sri Krishnas, des Meisters aller schönen Künste. 14. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 15. In Vrindavana thront in seiner Herrlichkeit der König der Berge, Sri Govardhan, den die Gopis priesen, als besten Diener Sri Haris. 16. In Vrindavana tanzt Krishna den Rasatanz, der selbst die Königinnen Dvarakas verblüfft. 16. Umgeben von Wäldern, die blühen und duften, erstrahlt dieses Land in Liebreiz und höchster Pracht. 17. Möge dieses Vrindavana meine Zuflucht sein. 19. Dieses Gedicht erweckt Erinnerungen an ein gelobtes Land. 20. Ein sündloser Mensch, der in Vrindavana lebt und diese acht Strophen singt, der seine Sinne beherrscht und dem Jüngling mit dem goldgelben Umhang bescheiden und aufrichtig dient, 20. Wird schon bald Zuneigung zu Sri Sri Radha Krishnas Lotus Füßen erfahren und ihre göttlichen Spiele erblicken. 20. Manasiksa ta, dem Geist gut zu reden. 21. Sri Manasiksa ist als ein Aufruf an den Geist zu verstehen, an den Geist von denen, die begierig sind, Krishna zu verehren. 22. Varam, erhaben. Warum sind die Verse des Manasiksa erhaben? 22. Sie wurden von Sri Swarup Damodar Goswami und Sri Rupa Goswami offenbart, den Begünstigten von Mahaprabhus großer Gnade, und sind darum erfüllt von den tiefen, vertraulichen und unerreichten Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus. 22. Madhuriya Gihira Ujjayi Schönes, lautes Singen Man sollte die Verse in passendem Vermaß und geeigneter Melodie singen, allein oder zusammen mit anderen guten Gottgeweihten, laut und mit Gefühl und mit Liebe. 7. Samadhi Gatha Gründlich verstehen Man soll sich, während man sie rezitiert, über ihre tiefe Bedeutung genau bewusst sein. Wem es wirklich ernst damit ist, das göttliche Paar Radha Krishna lieben zu lernen, wer tatsächlich den Mädchen von Vraja und Sri Rupa Goswami folgen will, der muss diese Verse des Manasiksa und ihren Kommentar studieren und sie tief ins Innere seines Herzens schließen. Hiermit endet der Vajandarpana Dikdarshini Riti die Übersetzung und Erklärung des Manasiksa-Kommentars Srila Sajid-Ananda Bhaktivinod Thakuras Dr. Kalt 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 K